Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt das, auf das ihr alle schon wartet. Am Ende dieses Videos werde ich euch die Gewinner der Jahresmitgliedschaft auf meiner Internetseite bzw. in meinem Shop bekannt geben. Und dieses Video soll außerdem noch darum gehen, was ihr mich gefragt habt. Es ist also ein kleines Q&A mit meinen Vorsätzen für 2018. Ja, im Groben und Ganzen sind die Fragen eigentlich alle ziemlich gleich gewesen, deswegen haben wir im Prinzip nur drei Fragen, die ihr alle zusammengestellt habt. Und zwar ist einmal die allermeist gestellteste Frage die, wie ich überhaupt zum Nähen gekommen bin. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, denn ich habe schon als Kind immer mal so ein bisschen genäht, damals mit der Nähmaschine meiner Mutter, die eigentlich meistens nur im Schrank rumstand und von ihr nicht wirklich genutzt wurde. Und ich habe dann immer mal so ein bisschen was damit genäht, aber das nicht so richtig vertieft. Und als wir dann 2012 zu einer Hochzeit eingeladen gewesen sind, fehlte mir schlicht und ergreifend ein Kleid. Und da ich immer schon Probleme hatte, mit meiner Figur ein entsprechendes Kleid zu finden, ich bin sehr groß und habe ziemlich viel Oberweite und habe nie schöne Kleider finden können, habe ich gesagt, kurzerhand, ich nähe dieses Kleid, was an dem Tag wirklich ein Mammutprojekt war, denn ich hatte noch ganze 24 Stunden Zeit, dieses Kleid zu nähen. Und ich habe dann ein Schnittmuster von Burda für einen Oberteil mit einem U-Boot-Ausschnitt genommen, auch aus Baumwolle, also aus Webware, und habe an dieses Oberteil ganz einfach einen Tellerrock dran gebaut. Und schwupps hatte ich mein eigenes Petticoat-Kleid. Dieses Kleid ist super gut angekommen. Ich bin sogar nachher am nächsten Tag auf der Rückfahrt nach Hause angesprochen worden auf dieses Kleid. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Auslöser gewesen dafür, dass ich das Ganze hier alles weiter vertieft habe. Ich habe danach weiter genäht, habe nach Burda-Schnittmustern genäht und mir dann entsprechend einiges an Kleidung selbst genäht. Aber irgendwann war mir das Ganze nicht mehr so richtig genug und ich habe gedacht, irgendwie geht da noch mehr. Und ich habe dann angefangen, selber Schnittmuster zu konstruieren, das Ganze mithilfe von Lehrbüchern, die man so offiziell kaufen kann, vom Europa Lehrmittel Verlag beispielsweise. Und habe damit so ein bisschen rumgespielt und rumgemacht und habe dann aber irgendwann für mich beschlossen, dass das irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Und wenn man sowas verkaufen möchte, dann sollte das Ganze halt wirklich Hand und Fuß haben und auch eine vernünftige Grundlage. Und aus diesem Grund habe ich dann mein Fernstudium für Schnittkonstruktion angefangen und auch abgeschlossen und habe jetzt aktuell noch ein Modedesign-Studium hinten dran gehängt. Und das ist also so meine Nähkarriere quasi. Ich blogge mittlerweile auf meinem Blog piksu.de über meine selbstgenähten Sachen eher unregelmäßig als regelmäßig. Das ist auch so ein Vorsatz für das neue Jahr. Ich möchte eigentlich meinen Blog wirklich regelmäßiger befüllen und auch regelmäßiger Beiträge schreiben. Sowohl zu den Anleitungen, die hier auf YouTube erfolgen, als auch zu Schnitten, die ich genäht habe, die ich entworfen habe und konstruiert habe. als auch zu allem anderen so rund ums Thema nähen. Ich kann euch den Blog hier unten einmal in der Infobox verlinken. Ja, das ist meine Nähkarriere. Und jetzt muss ich doch glatt mal auf mein Handy gucken, denn die nächste Frage dreht sich um Herren- und Kinderschnittmuster. Ob ich vor habe, Herren- und Kinderschnittmuster zu machen? Ja, ich habe vor, Herren- und Kinderschnittmuster zu machen. Das ist ein ganz, ganz großes Ziel eigentlich schon im letzten Jahr gewesen. Ich habe es aber zeitlich irgendwie nicht hingekriegt. Ich habe mich da so ein bisschen mit der Zeit verzettelt. Diese ganze Sache hier auf YouTube ist auch zeitintensiver, als ich es am Anfang gedacht habe. Aber es macht mir so viel Spaß, dass ich mir halt diese Zeit auch nehmen möchte. Und deswegen habe ich das irgendwie nicht so hingekriegt. Aber ich versuche mich jetzt so ein bisschen anders zu organisieren. Es ist gar nicht so einfach, sich da in der Selbstständigkeit entsprechend zu organisieren. So, dass ich mindestens einmal im Monat ein Dammenschnittmuster und eine Plotterdatei veröffentlichen möchte. Und ich möchte auch anfangen mit Herren- und Kinderschnittmustern. Das ist so mein ganz großes Ziel und mein ganz großer Vorsatz für PXU für das Jahr 2018. Ja, und das dritte Thema, zu dem ihr eigentlich alle Fragen gestellt habt, war das Thema Plotterdateien erstellen. Wie ich meine Plotterdateien erstelle und was für ein Programm ich dafür nutze. Ja, und zwar ist es so, ich nutze für das Erstellen meiner Plotterdateien das Programm Adobe Illustrator und ein Grafiktablet. Ich zeichne also fast alle Plotterdateien auf diesem Tablet. Zum Teil zeichne ich noch welche auf Papier, übertrage sie dann auf den Rechner und zeichne sie mit dem Tablet nach. Aber das ist im Prinzip mein Ablauf. Es ist alles per Hand gezeichnet und alles selbst entworfen. Teilweise aus Ideen. Wenn ich eine Fernsehsendung sehe, wenn man mal einem Bilder auf der Straße im Internet und Gott, wer weiß, wo über den Weg laufen, schreibe ich mir das auf, mache mir vielleicht eine grobe Skizze, wie ich mir das vorstelle und setze das dann nachher zu einer Plotterdatei um. Und mit Illustrator ist es eben sehr, sehr einfach, die ganze Sache dann auch in die entsprechenden Formate zu exportieren, um eben dann eine Plotterdatei für Brother oder eben auch für Silhouette nachher zu haben. Ja, das ist mein Weg, wie ich Plotterdateien erstelle. Und ich versuche euch hier auf dem Kanal so ein bisschen zu zeigen, wie ihr selber auch so ein paar Kleinigkeiten und Dateien erstellen könnt mit den hauseigenen Programmen von Brother beispielsweise. Und ich werde mal gucken, ob ich das demnächst auch nochmal für Silhouette mache. Da muss ich mal schauen. Da gibt es ja immer noch den Kurs bei Makerist, der sich rund um das Plotten mit Silhouette und dem Programm Silhouette Studio dreht. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Auch das verlinke ich euch gerne hier unten mal in der Infobox. Und das waren so die drei Themen, wo ihr ganz, ganz viele Fragen zugestellt habt. Und erst mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wirklich so ein Interesse dran hattet und dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Ich freue mich ganz doll darüber. Und jetzt kommt natürlich endlich das, worauf ihr alle wahrscheinlich schon gewartet habt. Und zwar ist es die Gewinnerin für das Jahresabonnement für meinen Shop. Und das ist Petra Schulz. Petra, bitte melde dich bei mir. Schreib mir eine E-Mail oder schreib mir auf Facebook eine private Nachricht oder auf Instagram eine private Nachricht. Je nachdem, welchen Social-Media-Kanal du nutzt. Und dann können wir alles regeln bezüglich der Freischaltung für die Jahresmitgliedschaft. Ja, das war es dann auch schon mit meinen Vorsätzen für das neue Jahr 2018, dem kleinen Q&A und der Gewinnerin der Jahresmitgliedschaft. Ich, ja, ich wünsche euch alles nur erdenklich Gute für dieses Jahr. Ein gesundes, frohes und glückliches Jahr 2018. Wenn ihr euch auch ein paar Vorsätze gemacht habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das hier unten einmal in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche in einem neuen Video zum Thema Plotten wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen hoch gebt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Tschüss! 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 Musik Musik Untertitelung. BR 2018